Und salamun al-ibadil al-nastafa Rabbana matta'ra bimahabbatik وorzokna rizat und anzl alayna barakatik und badanna al-anatik Amin, ya Rabb al-Alamin Amin, Amin, Amin Amma بعد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bonjour Aujourd'hui nous allons voir la relation qu'il y a entre Noé et la plus grande ascension et cette époque là où les sakalens c'est à dire les humains les chines sont menacés par une sorte de délut c'est pire que la guerre des études et vos amis l'islam il est depuis le début de notre vie terrestre et puis il s'est bien défini à l'époque de Mohamed qu'Allah soit sur lui surtout sur les bases coraniques hadith koutsiye et tradition muhammita qu'Allah soit sur notre biennommé 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 je veux être précis je veux être précis je veux être précis je veux être précis je veux remémoriser ce sur ce chapitre là qui s'appelle noué noue qu'a la fédération il a arsena noue il a quommé il a l'hender quorme qu'a menqabli al-ya'tiyam adabu kli donc Dieu noue voulant cette mission-là qui tourne autour d'un gros messagerie du coup qu'on appelle il est venu après Hédris qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle qu'il est venu avec une pastret très forte il a su transmettre er ist sehr Und so, bei diesen Argumenten der König von Noem, der König der König der König, der König der König der König der König der König der König der König. Er hat versucht, bei allen Dingen zu gut argumentieren, um seine Mission zu machen, damit die Menschen in der König der König der König der König der König der König. Also, wenn er die Frage gestellt hat, es gibt keine Menschen zu sagen, dass sie positiv ist. Sauf eine Einrichtung der König 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 der König. Das ist eine Beziehung der König 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 der des éléments naturels, comme notre mandat, qui a été vor ein paar Tagen, ein ami intime à Mohammed, que la Fide d'Allah s'est cru, sur lequel il s'est élevé pour donner son preuve. L'homme qui coule entre ses droits, béni, que la Fide d'Allah soit fûr, Das ist ja gewissermaßen gerade im Trend, zumindest bei so einigen US-Amerikanern. Der Schöne hat auch schon über die Schöne gemacht. Janka ... Das ist das Baka, das ist das Baka, weil es hier glücklich ist ... Das cg' nur Divin ... also das Baka, das mert er schon glücklich ist ... weil es eben nicht so glücklich ist ... ... also relay das Baka, das war ja die Art Ibn Alim, ich will nicht so sagen, von diesem Grund ... ...trah und zu diesem Grund, von diesem Grund, das aber auch zu diesem Grund, das ist der Grund, dem Grund, das Röntgen der Gnade, das Röntgen von der Röntgen der Gnade, aber ja ich meine ich Das ist die große Persönlichkeit. Lorsqu'il a reçu das Divan des Transmeters, il s'est manifesté par cette Persönlichkeit. Lorsqu'il n'a pas lié, sur la Porte Rose, à son groupe. Lorsqu'il n'a pas lié, je connaisOU Terrier. Je suis allé sur les deux voies à la Reach. C'est pour moi que j'ai, je suis là, à mes T'insówir. C'est pour moi, je suis là pour cela, je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Das war auch keine schwere Entscheidung. Das war auch keine schwere Entscheidung. Also das ist eine halbe Stunde lang nach Nach. Am Anfang des Unterrichts. Dann hier die Hände und die Unterrichts. Und ab im Unterricht. Ich versuche nach den Blumen. Und auf die Unterricht. Und den Unterricht. Und die Unterricht. Und die Unterricht. Und die Unterricht. Da ist der Kantine für eine Schule noch eine deutsche Unterricht. Und das war noch die Unterricht. Und die Unterricht. Und die Unterricht. und die Wenn wir in der Kranung, dann wird der Kranung nicht geholfen. Wenn Sie die Kranung nicht geholfen werden, dann wird der Kranung nicht geholfen. Sie wissen, ich mache diese Mission. Es ist etwas anderes als was wir hier haben. Ich sage immer, wenn macht Deutschland zurück? Dann wahrscheinlich als Frühe. Und dann kommt es gut. Meiner hat es abgeschieden und ruhig. Das Einferden dauert noch, denn der hat Glück auf dieser gefunden und Glück zu sein. Es ist nicht gut. Ja auf jeden Fall. Wir machen uns eine Runde frisch für Mord. Dann wird es hier schon mal so ein bisschen Weihnacht, nicht bei uns. Zumindest. Wir setzen den Weihnachtsbaum auf der Schulzeit. Er ist nicht so, dass diese Worte nicht zu hören. Er ist nicht so, dass er die Worte, die in dieser Weise kämpft, von der Situation, von dem Degut, von dem Gott, Das ist die Die Menschen, die sie zu tun, die sie zu tun. Aber, für die Welt zu realisieren, muss sie das tun. Und alles, was mit der Religion die Welt zu tun, die Allah zu tun, muss sein. von der Leuchtigkeit im Absatz. Aber wir können uns gehalten, dass die Verlangen, und dass die Verlangen, sich hechte, die Menschen im Absatz zu bekommen haben. Wir machen die Verlangen. Das ist die Verlangen, die Menschen im Verlangen. Wir machen die Verlangen. Also 12.15 imzimen revis der Peyt die Tachviraalung muss man auf die Tachviraalung jeder hat die Tachviraalung dann ist er in Berlin aber natürlich auch die Tachviraalung hinzuhaben hoher Staatsversuch bei der Bundeskanzlerin Neue Vorwürfe gegen die Autoindustrie. Ja, also, wir haben... Was erzählen sich der US-Präsident und seine älteste Internationale Verbündete, Angela, wenn sie sich im Amt privat nennen. Dann könnte man gern Mäuschen gewissen sein. Keiner dürfte rauschen. Als Bauchverfahren und den Anzlerinnen und den Adlern geplaudert hatten. Beim Nachmittag beginnt dann der offizielle Teil des Abschiedsbesuchs. Ein Orleuch illimitiert. Aber, die Maschinen gewährt den Dach des Adlern, schafft die Beobachtungsposten. Und hier, noch, 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 Migrantonien. Das ist so, dass man in Berlin bedeutet, dass es nicht mehr hin und nicht weiter ist. Seid ihr da, man ist angeblich, der US-Botschaft oder der entsprechenden Aufmerksamkeit. Die Wege zur Arbeit waren heute in Karmischwerfen Mitte Berlin, ein wenig mehr seliger als sonst. Und hier ist die Existenz, die wir jetzt nicht mehr machen können.